Liebe Brüder und Schwestern, Hochfeste aller Heiligen, und die Kirche erinnert uns daran, dass nicht nur die gottgeweihten Personen, nicht nur Priester, Ordensleute zur Heiligkeit berufen sind, sondern wir alle als Getaufte sind berufen, den Weg der Heiligkeit, der Heiligung zu gehen. Ja, wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Und wir haben schon in der Taufe diese Gnade erhalten, diese Gnade der Heiligung, die heiligmachende Gnade. Denn in der Taufe wurde die Erbsünde getilgt. Wurde dieses neue göttliche Leben in uns hineingesät, eingepflanzt. Und wir sollen dieses göttliche Leben, dieses Leben in Gott zur Entfaltung bringen. Wir sollen es wachsen lassen in uns. Ja, diese Heiligkeit Gottes, dieses göttliche Leben, das uns geschenkt worden ist durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes, durch sein Leiden und Sterben für uns, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Denn Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn der Jungfrau Maria, hat unsere Sünden getilgt, hat den Schuldschein durchgestrichen, hat uns mit dem Vater versöhnt, hat alle Sündenlast von uns genommen. Er schenkt uns Anteil an seinem Leben, an seiner Heiligkeit. Ja, alle Heiligkeit kommt von Gott, denn nur Gott allein ist heilig. Er schenkt Heiligung. Er schenkt Heiligung. Er möchte uns Anteil schenken an seinem Leben, an seiner Herrlichkeit. Gott hat den Tod nicht gemacht. Es heißt in der Schrift, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Gott aber ist Leben und er möchte, dass wir seine Geschöpfe Leben haben, Leben in Fülle, dass wir ewig leben, uns ewig freuen, in Gott, in der Gemeinschaft mit dem einen und dreifaltigen Gott. Und Jesus, er verkündet uns, ja, das neue Gesetz Gottes, wie ein neuer Mose auf dem Berg verkündet er uns die Seligpreisungen. Das neue Gesetz des neuen Bundes, könnte man sagen. das über den Dekalog vom Sinai noch hinausgeht. Und wenn wir dieses Wort Gottes in uns aufnehmen, ja, wenn wir bereit sind, auf Jesus zu hören und diese Seligpreisungen zu beherzigen, dann sind wir geheiligt. Ja, dann empfangen wir jetzt schon in diesem Leben dieses Siegel des lebendigen Gottes. das Siegel der Auserwählten, von dem in der Lesung die Rede ist. Dann tragen wir dieses Siegel des Evangeliums, des neuen Lebens an uns, in unserem Herzen, in unserer Seele. und zwar müssen wir uns immer wieder prüfen, ob diese Seligpreisungen irgendwie auch auf mich, auf das persönliche Leben zutreffen. Fühlen wir uns an vor Gott, leben wir in dem Bewusstsein, dass wir alles von Gott empfangen haben, dass wir auf ihn angewiesen sind, auf seine Liebe, auf seine Barmherzigkeit, dass wir das Leben von ihm empfangen haben, dass es sein Geschenk ist, dass wir Verwalter sind seiner Gaben und dass wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für unsere Taten, für das Gute und Böse, das wir getan und unterlassen haben. Trauern wir mit den Trauernden. So viele Menschen leiden unter Gewalt und Terror. Viele Menschen leiden, weil sie einen lieben Menschen verloren haben oder weil sie einfach innerlich verletzt sind, weil sie ein schweres Kreuz zu tragen haben, das Kreuz der Krankheit, der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit. Sie leiden an der Ungerechtigkeit in der Welt, an der Gottlosigkeit, die sich ausbreitet. Spüren wir diesen Schmerz? Trauern wir mit den Trauernden oder schieben wir alles auf die Seite, was Menschen bedrückt? Sind wir nicht bereit, Anteil zu nehmen an den Tränen, am Schmerz der Mitmenschen? Jesus preist die Trauernden selig, die trauern, weil so viele sich von Gott abgewendet hat, weil Gott nicht mehr geliebt, ja zu wenig geliebt, sein Gesetz oft missachtet wird. Und Jesus preist jene selig, die keine Gewalt anwenden. Gehören wir zu diesen Menschen, die bereit sind, auf Gewalt zu verzichten, die nicht mit Gewalt ihre eigenen Vorteile suchen, sich durchsetzen möchten, die auf Gewalt verzichten, die den Frieden leben. leiden wir mit jenen, die Gewalt erleiden, die unter Krieg und Terror leiden oder die einfach zu kurz kommen, die nicht die Macht haben, ihre eigenen Rechte einzufordern. Ja, selig sind, die auf den Herrn vertrauen, weil er der Allmächtige ist. Gehören wir zu jenen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, ja nach dieser Gerechtigkeit Gottes, nach Recht und Gerechtigkeit für alle Menschen, gerade für die Unterdrückten und Entrechteten, für die Ausgefreuteten, für die Misshandelten, für die Ungerechtgefangenen. Sind wir bereit, Barmherzigkeit zu schenken, Barmherzigkeit zu üben, einander Barmherzigkeit zu erweisen, zu verzeihen? Denn nur jene, die barmherzig sind, werden Erbarmen finden. Und wir brauchen dieses Erbarmen, denn auch wir alle sind arme Sünder. Wir können nichts von Gott fordern, sondern wir müssen uns alles von Gott schenken lassen, sein Heil, seine Vergebung. Wir brauchen dieses Erbarmen, diese Vergebung, durch Jesus, den Sohn des ewigen Vaters. Haben wir ein reines Herz? Jesus sagt, die ein reines Herz haben, werden Gott schauen. Und gerade darin sind uns die Kinder ein Vorbild, die Kleinen. Sie haben noch ein reines Herz. Und Jesus sagt, hütet euch davor, diese Kleinen zu verachten, denn ihre Engel schauen stets das Angesicht des Vaters im Himmel. Ja, die ein reines Herz haben, sie können Gott schauen, sie können diesem lebendigen Gott schon hier und jetzt begegnen. Sie schauen ihn in ihrem Herzen, sie spüren intuitiv, dass sie Wohnung Gottes sind, ja, dass wir dazu berufen sind, Gott in unserem Herzen zu tragen, in unserem Leib, als Wohnung des Allerhöchsten. Ja, sind wir Friedenstifter? Oder schüren wir immer wieder neue Streit? Zetteln wir Streit an? Sind wir rechthaberisch? Sind wir überheblich? Wollen wir unsere Macht ausüben, missbrauchen? Sind wir bereit zur Versöhnung, zur Vergebung und zum Frieden? Jesus sagt, nur die Frieden stiften, werden Kinder, Söhne Gottes genannt werden. Ja, so beruft uns Jesus, der unser Friede ist, seinen Frieden hineinzutragen in diese friedlose Welt, seinen Frieden, ja, das ist Evangelium des Friedens zu bezeugen, wie die Heiligen es getan haben. Besonders der heilige Franz von Assisi, unser Ordensgründer. Er war Verkünder, ja, Apostel, Werkzeug des Friedens Gottes. Er war versöhnt mit Gott und brachte den Menschen den Frieden, die Versöhnung, das Heil. Aber auch wir sollen Zeugen dieses Friedens sein. Ja, und am Ende preist Jesus jene Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Leiden wir um der Gerechtigkeit willen, weil wir unseren Gewissen folgen, weil wir unser Gewissen nicht zum Schweigen bringen, sondern weil wir uns um Gewissenhaftigkeit, um Gerechtigkeit, um Wahrhaftigkeit bemühen. Leiden wir unter den Nachteilen, unter Mobbing vielleicht sogar, weil wir uns zu Jesus Christus beginnen. Jesus preist jene Selig, ja, die sich zu ihm bekennen, die um seiner Gerechtigkeit willen leiden müssen. Und gerade jene, die um seine Willen beschimpft, verfolgt, ja, sogar verleumdet, vielleicht sogar getötet werden. Jene dürfen jubeln, weil ihnen der Lohn im Himmel gewiss ist. Herr, so erinnert uns der Herr daran, welchen Weg wir gehen müssen, wo der Weg der Heiligkeit liegt, welche Schritte wir setzen müssen, worauf wir achten sollen, damit wir dorthin gelangen, wo die Heiligen schon sind, bei Gott, in der Herrlichkeit, im ewigen Leben. Ja, dieses heutige Fest erinnert uns daran, dass unsere wahre Heimat im Himmel ist, in der Herrlichkeit Gottes, wo in Jesus uns vorausgegangen ist, uns eine Wohnung zu bereiten, wo er uns, ja, das Freudenfest, das ewige Hochzeitsmahl bereitet. Bei Gott, unserem Vater im Himmel, ja, und die Heiligen, sie sind mitten unter uns, und sie bieten für uns. Und so können wir zuversichtlich sein, dass wir einmal dorthin gelangen, wo das Ziel unseres Lebens ist. Wenn wir dieses Wort Gottes beherzigen, wenn wir Jesus vertrauen, der uns seine Gnade, seinen Geist, seine Hilfe schenkt, werden wir voranschreiten, in Hoffnung und Zuversicht und können Zeugen des Evangeliums sein, Zeugen schon hier und jetzt für unsere Brüder und Schwestern, Zeugen des neuen Lebens in Gott. Amen.